Na gut, Max. Denkst du, wir schaffen 500 Pfund? Versuchen wir's doch. Das ist gar nichts. Ja, total einfach. Können wir jetzt aufhören? Ja, bitte. Siehst du, ich sag doch, so ein kleines Training vom Essen tut gut. Fühlst du, wie's brennt? Meine Augen brennen vor deinem Schweißgeruch. Das ist eher deiner. Oh, du hast recht. Wir schaffen das, Max. Wirklich. Ich denke, das ganze Seaforce-Ding wird stark. Gecheckt? Weil wir so stark sind. Und ich hau dir gleich auf deine weiche Birne. Gecheckt? Weil ich dir auf die weiche Birne haue. Ja, klar. Apropos weiche Birne. Was suchst du denn noch hier, Max? Ich dachte, deine Band hat ne Show. Nicht vor sechs. Ich bin kein Zeitomatiker, aber ich bin beinahe sicher, dass es gerade sechs ist. Das kann nicht sein, Sherry. Es ist sechs Uhr dreißig. Sechs Uhr dreißig? Kibi, wie konntest du dazu kommen? Ich bin nicht deine Assistentin. Ja, mit der Einstellung jedenfalls nicht. Ich zieh mich um. Und duschen, weil du nach Zwiebel stinkst. Wie läuft's mit dem Replikat von Evilmans Augenklappe? Fabelhaft. Es fehlen nur noch ein paar Strasssteine. Ein tolles Funkeln, oder? Nein. Funkel-Furunkel. Ich pell diese Klunker sofort wieder runter. Gut, ich hab das letzte Stück Bösonit aufgespürt. Es wird aber schwer bewacht von ein paar Ureinwohnern. Dann musst du jemanden finden, der dumm genug ist, es zu holen. Bitte schön. War einfach, wie du gesagt hast. Und dein Schutzschild hätte ich gar nicht gebraucht. Dann los. Das Bösonit braucht ein paar Stunden, um die Klappe zu laden, aber sobald sie voll ist, verdrängt sie alle guten Instinkte, die laut Mom und Dad irgendwo hier drin verborgen sind. Dann warten wir's ab. Ganz leicht. Da wir jetzt Zeit haben, lass uns shoppen für deine neue Schaukenuniform. Aber zuerst, sieh zu, wie ich funkle! Das ist sinnlos. Wir müssen die Täti die Wahrheit sagen und dann schnell weg von dir. Mann, ich hasse es, das zuzugeben. Aber ich wünschte, Phoebe wäre hier. Au! 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 Phoebe, du bist hier! Au! Ja, ich bin nicht so begeistert, dich zu sehen. Oh, wirklich? Aber ich wünschte, Phoebe wäre hier. Gehört, aufgenommen und schon mein Klingelton. Erledigen wir das hier. Es wird einfach, wenn die Täti nicht dabei ist. Ihr könnt es allen erzählen! Die Täti hat euch gerettet! Ihr seid noch nicht fertig? Ich hab grad meiner Mama zit, ich hätte es geschafft. Wir müssen die Regulatoren nochmal regulieren. Wir werden das niemals schaffen, wenn er dabei zusieht. Dann sage ich dir, er wird nicht dabei zusehen. Hey, Mr. Schwanz! Wie wär's, wenn Sie mich ein Foto davon machen lassen, wie Sie das mit der Kernschmelze hinkriegen für die Z-Force? Oh, guter Gedanke. Das wäre der Beweis für meine Hellentat. Oh, das ist wirklich hell! Okay, schnell, du bläst Frostatem auf den Kern und ich erhitze diesen hier. Los! Weiter so, lassen Sie den Helden raus! Ich liebe es! Ja, wir haben's geschafft! Ja, versteck dich! Okay. So, das reicht jetzt. Augenblick, du hast es geschafft! Lebt wohl, Mr. Dilettant-Schwanz! Heißt das, dass wir eine Runde weiterkommen? Ja, und ihr beide lasst mich gut aussehen dabei. Ich kann's nicht erwarten, es der Z-Force zu sagen. Ich schlage euch für die Endrunde vor. Und als Belohnung zeige ich euch, worum ihr gebeten habt. Ihr könnt meinen Schwanz wackeln sehen. Ist das verrückt, wenn ich auch einen Schwanz will? Ich hab's geschafft, Phoebe! Du hast so oft mir geholfen und jetzt endlich war ich für dich da. Und wie, Cherry. Du bist meine superbeste Freundin. Danke, Cherry. Dank dir ist unser Traum noch lebendig. Das sag ich sicher nie wieder. Bitte sag mir, dass du das drauf hast. Danke, Cherry. Dank dir ist unser Traum noch lebendig. Mann, du bist einfach voller Klingeltöne heute. Und fertig. Der Heldentest war echt einfach. Was hast du bei der letzten Aufgabe? Kreis oder Dreieck? Nitroglycerin. Ich check unsere Ergebnisse. Hoffentlich war ich gut. Ein Leben als Superheld ist mein sehnlichster Wunsch. Du warst bestimmt klasse. Oh nein. Er hat alle Fragen mit Dreieck beantwortet. Und? War ich gut? Du warst klasse. Siebenundneunzig? Das macht mich zum Helden-Mastermind. Und bei dir so? Zweiundzwanzig? Äh. Vergessen wir einfach, den Test je gemacht zu haben. Auf keinen Fall. Ich starte jetzt als Superheld durch. Auf in den Park. Er hat Dreieck sogar als Namen eingegeben. Ich muss mich irgendwie von hier befreien. Moment. Mein Geheimer Vorrat TNT. Ich bombe mich hier raus. Ich hab dich bärig lieb. Ich schaff's hier nie raus. Kolosso. Du bist entkommen. Und ich hab ein Geschenk für dich. Ich passe. Die Kugel. Wie das denn? Ich wohne jetzt in Hank's Schlafzimmer. Ich hab seine Safe-Kombination gesehen. Eigentlich hab ich zu viel gesehen. Ich kann sie benutzen, um mich an Phoebe zu rächen und ihr die Kräfte zu entziehen. Zuerst mal holst du dir deine eigenen Kräfte zurück. Ach, geht nicht. Ich brauche irgend so was wie ein Computerchip, um das System zu hacken. Wo bekomm ich so einen her? Sieh dich mal um hier. Ich hab dich bärig lieb. Und ich hab den Computerchip in dir ganz bärig lieb, Teddylein. Du findest den Kakao, wie es sich anhört, ja sehr lecker. Die Tasse ist seit fünf Minuten leer. Ich lass die bloß warten. Okay? Ihr gewinnt. Wieso tragt ihr die Kostüme? Es geht nicht um die Kostüme. Wir kommen aus geschäftlichen Gründen. Ja, aus offiziellen Gründen. Was dieser Clownfisch hier zu sagen versucht, ist, dass wir ein Haustier wollen. Nein. Jetzt geht's los. Diese Nummer kenn ich doch von euch bereits. Die Nummer noch nicht. Los, Billy. Kauft uns ein Tier, das wär voll der Hammer. Kauft ihr uns keins, wär's ein Katzenjammer. Was wir damit sagen wollen, wir zwei kleinen Wundervollen, ist, kauft uns ein Tier sofort. Ernsthaft, gar nichts. Es tut mir leid, aber ihr zwei seid einfach noch nicht bereit für ein Haustier. Oder den Broadway. Sie hat recht, das ist eine enorme Verantwortung. Wir haben befürchtet, dass ihr das sagt und deshalb diesen Konter vorbereitet. Bitte, Mami und Daddy. Muss der Niedlichkeit widerstehen. Gut, ich sag euch was. Kümmert euch doch für das Wochenende um Dr. Kolosso und wenn er danach sagt, dass ihr gut auf Tiere aufpassen könnt, dann bekommt ihr ein Haustier. Ja! Entschuldige, Bob, du hast das Risiko auf süße Kinder gekannt, als du mich geheiratet hast. Ich konnte Harris nicht finden, aber irgendwo hier drin muss er sein. Macht nichts, aber wenn wir mit den Lasern schießen, müssen wir die Kids rausbringen. Keine Sorge, der Lasertag-Champion macht sie gerade platt. Wird doch Zeit, ein Spiel, in dem mich niemand besiegt. Ja, apropos. Sorry, aber das nächste Spiel beginnt in 15 Minuten. Wenn dieser Club bis dahin noch steht. Na schön, die anderen sind weg. Wo ist dieser verrückte Feuerball? Das war fies. Wieso hasst er meine Kleidung so? Als Helden-Mastermind gelingt es mir, Verbrechen zu entdecken, die sonst keiner sieht. Zieh dir das rein. Dieser Mann versucht der Frau, den Ring zu stehlen. Billy, er stehlt gar nichts, okay? Aber er schon. Gib ihr den Ring wieder! Geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Du hast den fiesen Typ denkfest gemacht. Was ist mit dem Kerl, der den Ring stehlen wollte? Du, ähm, hast ihm die Leber geschenkt. Zieh nur. Wow. Ich bin gut. Kriminelle aus Hiddenville, fürchtet mich! Ich fürchte dich schon. Oh, Wahnsinn. Ein Großstadt-News-Helikopter. Das macht Platz hinter Wäldler. Geht mir aus dem Weg! Wen vertreten Sie denn, Chenisex-Knallschargenreporter? Rettet mich, ihr Late-Night-Leute! Was ist denn das? Dark Mähem! Und ich bin hier, um euch zu vernichten. Komm, du auch da! Aang, was sollen wir tun? Bring die Kinder nach oben. Ich erledige das. Wir erledigen das. Kolosso? Geht in Deckung! Los, los, los! Dankeschön, Kolosso. Hey, ich rette meinen Haarigen-Hintern nur, indem ich deinen Haarigen-Hintern rette. Kauf dir längere Oberteile. Keiner verlangt von dir hinzusehen. Hank, wir müssen Phoebe-Warn schnell auf zum Thunder-Van! Oh! Da ist Candy. Sie darf das Signal nicht senden. Okay, wir schleichen leiser rüber. Und dann... Uh! Candy Falconman ist meine beste Freundin. Candy Falconman ist meine beste Freundin. Warum haben wir Dad nur erlaubt, durchs Dach zu fliegen? Oh, wollt ihr noch mehr Zucker? Wie wär's mit einer Lakritz-Peitsche? Ha! Oh! Ich krieg sie, Max! Wow! Das Einzige, was du kriegst, ist ein Zucker-Zucker-Rang! Hast du nicht mehr drauf? Au! Doch, du hast mehr drauf. Oh! Oh! Ach, ich klebe in Kaugummi. Ach! Mit Bananengeschmack! Ach! Ups! Ich glaube, du hast was verloren. Oh, da fällt mir ein. Ich hab da noch ein paar Zitronendrops. Achtung, Rutschgefahr! Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Du oder dieses Dach. Oh! Hab ich euch euren Plan verklebt, Gummis? Alles, was noch fehlt, sind die Koordinaten. Und diese Satellitenschüssel verwandelt alle Bewohner Hiddenwills in meine besten Freunde. Okay, vielleicht treffe ich die Satellitenschüssel mit meinem Feueratem. Nein, wir sollten unseren Frostatem nutzen. Feueratem? Frostatem! Och, Moment. Lass uns doch dasselbe wie im Splatburger machen. Blöde Scherzen mit Mrs. Wong, warum das? Nein, wir kombinieren Feuer und Frostatem. Nein, 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 was geht denn jetzt ab hier? Ach, du Büffeltrüffel! Nein, der Beste! Was ist denn los? Wolfgeist! Warum bin ich auf einer Party? Ich hasse Partys! Und hast du auch noch meinen Arm? Max, das war's wohl! Warte, was ist mit Candy? So, Splatburger ist wieder so gut wie neu. Ich hasse diese Stadt. Ich auch. Ein Streichelzoo? Nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich versuche es gut zu finden. Ja, ein Pony! Ich bin's, Nora! Ja, ein Pony namens Noah! Was geht hier eigentlich vor? Mom, Dad, passt auf! Überraschung! Stellt euch vor, ich wäre erst der Torte gesprungen! Colosso! Du hast unsere Kinder in Tiere verwandelt? Das war ja nun nicht besonders schwer. Ihr habt sie beim Essen gesehen. Chloe, geh bitte ins Haus. Wir haben hier einen Hochzeits-Crasher. Hank, Barb, ich erkläre euch beide nun zu Mr. und Mrs. Thunder-Ziege. Nicht noch mal, Colosso! Halt ihn fest! Ich hab ne Idee! Du meinst, dass ich ihn ablenken soll, während du isst? Ja! Was siehst du nur in ihm, Barbara? Mein Mann, der weiß, ist du besiegen! Was? Du wirst mich verbiegen? Ich sagte, besiegen! Wir werden viel klüger sein als die anderen, Billy. Erstmal komm ich dran, dann du. Drück drauf! Und? Schlauer geworden? Durch und durch! Hey! Du hast mich beklaut! Au! Das wirst du bereuen! Au! Jetzt ist das Maß voll! Du solltest lieber auf sie hören! Au! Au! Moment! Au! Au! Oh! Endlich treffen wir uns, Thunder-Girl! Na los, Max! Entzieh deiner Schwester die Kräfte! Dann bist du endlich einer von uns! Max, bitte! Ich weiß, du hasst mich, aber lass Dark Mayhem nicht hidden, will zerstören! Oh, Thunder-Girl! Ich werde Hidden Willen nicht zerstören! Ich werde alle versklaven und daraufhin von dort aus mein neues, böses Reich aufbauen! Ist das echt das, was du willst? Du willst alles verlieren? Deine Freunde? Alison? Deine Familie? Worauf wartest du noch, Max? Du bist ganz nah dran, alles zu erreichen! Ich hab bereits alles. Was machst du denn, Max? Ich geb meiner Familie die Kräfte zurück! Du Narr! Ja, wir sind wieder da! Bob! Ich glaub, ich hab deine Kräfte! Welche Kraft habe ich dann? Supertempo! Hab ich mich grad teleportiert? Thunder, Baby! Auf und davon! Billy, das heißt, du hast die Laseraugen! Das spielt keine Rolle mehr! Ich bin kein Superheld! Nimm sie zurück! Au! So funktioniert das nicht! Was ist passiert? Der Punsch führte zu einem Kurzschluss in der Kugel! Sie sind abgelenkt, weil sie die falschen Kräfte haben! Auf sie! Thunder-Mans! Angriff! Du spielst fürs falsche Team, Max! Meine Familie zu bedrohen ist eine Sache, aber mein Ballkleid zu ruinieren, bevor Fotos gemacht wurden, geht zu weit! Verpasst! Sorry, ich bin die Kräfte meiner Frau nicht gewöhnt! Strong Door jetzt dann! Billy, hilf mir! Kein Billy hier! Nur ein Junge, der kein Superheld ist! Lange haben wir hier keine Chance! Du musst die Kugel finden! Ich halte ihn zurück! Ich will, dass du weißt, dass die Single-Ladies rückhaltlos hinter dir stehen! Danke, ihr Süßen! Das bedeutet mir viel! Nein, sie meinte, dass wir wortwörtlich hinter dir stehen! Könntest du den Kampf darüber lenken? Das reicht nicht! Du triffst mich nicht in einer Million Jahren! Dann eben heute! Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Nein! Starte Hauptantrieb! Schubdüsen abfeuern! Raketen-Tiebwerke, los! Du bist unverwundbar! Du bist unverwundbar! Du bist unverwundbar! Hi zusammen! Was macht ihr da? Gleich, Chloe! Wir sind dabei, dich zu retten! Chloe? Bricht den Start ab! Bricht den Start ab! Es klappt nicht! Oh, Arschu! Ja, guck mal, Blobin! Was ist hier bitte los? Das, was eben passiert, wenn du deine Kinder einem Einfallspinselamt vertraust! Ich bevorzuge einen Einfallspinsel gegenüber einem Schurken. Besonders einen unverwundbaren, der kostenlos arbeitet. Blobin, du darfst bei uns babysitten, wann auch immer du willst. Ja! Ich hab nicht gewusst, dass sie ein Kampfstudio aufmachen. Ich bin raus! Hey! Keine Panik! Ich übernehme doch das Sprechen für dich! Ich muss nur ein paar fesche MMA-Wörter einbauen, wie... Oh, zerquetschte Luftröhre, äh, Weltergewicht und, uh, Übungs-Dummy! Du bist ein Übungs-Dummy! Sorry, Gewohnheit, bitte hilf mir weiter! Hey, Max! Hey! Und Phoebe? Äh, sie hat sich selbst eingeladen. Einsam und erbärmlich, find ich das. Kommt mit, da drüben sind meine Eltern. Als er einen Dreiecksburger versucht hat, hab ich ihm an drei Stellen was gebrochen. Oh, Alli-Welli! Hi, Mom, Dad, das ist Max. Und, äh, Phoebe, Max, Zwillingsschwester. Ich bin großer Kampfsportfan, sie beide sind bestimmt wahre Weltergewichte. Ja, das sind wir. Du kennst dich gut aus. Ich bin Debbie, das ist Gary. Schön. Wir lernen endlich den Typen kennen, den unser Schätzchen als Freund bezeichnet. Hey, Fukuhila, Gruß von den 80ern. Die Frisur war damals schon Panne. Max, hast du irgendwas zu sagen? Frag nicht, ob ein Make-Up-Laster sie gerammt hat. Max? Äh, meine Schwester ist hier. Ähm, sagen Sie mal, ähm, was ist erfüllender, die Eröffnung ihres Kampfstudios oder jemandem die Luftröhre zu zerquetschen? Luftröhre? Verhäckst du, schuldest mir einen Proteinshake. Gut, Phoebe unterhält sich mit meinen Eltern. Wann fängst du damit an? Äh, ich fang an, sobald Phoebe mich zu Wort kommen lässt. Übungs-Dummy, hab ich recht. Wissen wir erst mal was. Oh, hier liegt das Problem. Das Ding ist auf dumm geschaltet. Wozu macht Max diese Einstellung? Ich liebe es, wenn meine Augen vorher furzen. Okay, jetzt kapier ich's. Gut, alles was ich machen muss, ist den Schalter auf klug zu stellen. Jetzt hast du sicher genug Köpfchen, um uns das Auto zu gewinnen. Ich bin super intelligente, Billy. Ich spreche französisch. Warum spreche ich französisch? Du sprichst französisch, wieso sprichst du französisch? Kids, kommt hoch oder ihr spielt nicht mehr mit. Beeilung, die nächste Kategorie ist französische Kultur. Französische Kultur, das kannst du jetzt, oder? Ah, nenn's je. Egal ob mit oder ohne Tee. Antworte einfach auf meine Frage. Kennst du dich aus? Mit französischer Kultur. Kitzelt ihre spitzen Ellbogen, da ist sie schwach. Okay, okay, auf. Die erste Nummer ist die drei, nur bitte. Komm schon, sag uns den Rest des Code. Max, warum musstest du wieder böse werden? Ist das nicht offensichtlich, um sie abzulenken, während ich das tue? Max, ich wusste, du bist gut. Also jetzt weiß ich es. Vorher dachte ich, du wärst böse. Verräter! Das werden sie bereuen. Gut, wir müssen ihnen die Power-Sapper wieder anlegen, bevor... Sie hat schlimm verletzt. Warum kann ich meine Hand nicht kontrollieren? Weil deine Uhr aus Metall ist. Wie gesagt, ein Magnet für Mädels. Maisy, hör auf damit. Ich mach mir sonst in die Hose. Max, jetzt. Okay, einer von uns muss sie erwischen. Sieht so aus, als gäbe es gleich stürmisches Wetter. Max, jetzt liegt es an dir! Ich brauch ein bisschen Anschub! Hab dich, Windbeute! Ich würd' mich bepissen, aber das hab' ich vor nem Moment schon getan. Entschuldige, Kolosse, wir können nicht zulassen, dass Mom und Dad dich so sehen, sonst bekommen wir kein Haustier. Wir müssen dich abdecken, bis wir ne Lösung gefunden haben. Dafür. Ach, bleib locker! Hier kommt eh nie jemand runter! Hey, wir wollten nur mal nach dem Rechten sehen. Ja, Kolosse, wie stellen Sie sich so an? Halt! Er schläft. Und als verantwortungsvolle Besitzer wollen wir nicht, dass jemand seine Ruhe stört. Äh, das war ich. Mein Magen krummelt voll. Ach, dann komm mal mit, Hochsüße. Wir kümmern uns um deinen Magen mit ein wenig Ingwertee. Wie kümmern wir uns um deinen Magen, Moppelchen? Wir müssen das Gas rausdrängen, indem wir mich mit Mehrfurtstreibstoff füttern. Moment, wir sollen dir noch mehr Gas geben? Ich hab gedacht, mein Körper wäre komisch. Bring mir einfach Bohnen! Jede Menge. Okay, ihr Kids wisst, wie es läuft. Genau das hab ich vermisst. Das alte Max und Kolosso vor- und zurückspiel. Hey, du erscheinst mir schon viel fitter. Ist das so? Dabei bin ich ziemlich sicher, dass meine Innereien weich wie Gelee werden. Wie kann ich dir helfen? Tja, eins gäbe es, was mich vom Schmerz ablenken würde. Ich hab einen Song geschrieben und fände es toll, wenn du ihn für mich singst. Ja, vielleicht später, Kumpel. Vielleicht gibt es aber kein später. Okay, na gut. Okay. Oh, Kolosso, dein Style, der den Atem mir nahm. Erinnerst du dich, als ich Flöhe bekam? Für mich hat deine Bosheit Sinn und Zweck. Und am Ende des Tages räum ich deine Kötte weg. Ja! Sing es laut, Maxi! In jeder Lebensphase, denn mein bester Freund ist mein Hase. Mein bester, 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 bester. Kolosso und Max sind beste Freunde. Und ich räum seine Kötte weg. Ich hoffe, du hast es genossen, denn ich werde es nie wieder singen. Ich hole mir was zu trinken. Na gut, aber beeil dich. Wenn du zurück bist, musst du nämlich das tun, wovon du gesungen hast. Oh Mann. Fadenkäse? Pferdefuß! Jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Je eher ich eure schlechten Witze höre, desto eher kann ich meine Tomatenkanone benutzen. Wie auch immer, wir werden toll sein, weil wir ein Gummihuhn haben. Wo ist das Gummihuhn? Weg! Ich fürchte, dann wird's wohl nichts mit der Show. Oder wir suchen uns ein echtes Hühnchen. Dad hat immer eins in seinem geheimen Kühlschrank. Es sind ja schon zwei Hühnchen hier, du und das Huhn, das du hinter deinem Rücken versteckst. Du durchschaust mich, Kolosso. Sag es nicht, Nora. Billy, lass uns hier drüben quatschen. Vor meiner Tomatenkanone. Ich würde sagen, das ist ungefährlich. Du willst eindeutig nicht auf die Bühne bei Splatburger. Nein, ich will das schon auftreten, aber nur der Gedanke daran macht, dass ich im Supertempo kotzen will. Und das willst du wirklich nicht sehen. Ist es seltsam, dass ich doch will? Na, nicht so wichtig. Erzähl mir mehr über dein Lampenfieber. Ich will Nora nicht hängen lassen, aber wenn mich dann all diese Menschen anstarren, ist das furchteinflößend. Das kenne ich. So geht es mir immer, wenn ich vor euch Menschen mein Geschäft verrichten muss. Aber du machst ständig für uns allen dein Geschäft. Nicht so oft, wie ich das gern tun würde. Was soll ich tun? Tja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder erzählst du Nora, dass du ein bimmerndes altes Riesenbaby bist. Nein, das kann ich nicht tun. Ich bin ihr Held. Okay, das trifft definitiv nicht zu. Also, kommen wir zum Oder. Wir sabotieren den Auftritt, sodass du nicht auf die Bühne gehen musst. Wie? Erzähl ich dir, aber zuerst. So, jetzt hast du Angst vor Tomaten. Warum? Tanz, musst du, Junge. Tanz! Lasst sie frei. Mit dem Katapult. Wir zählen bis drei und schleudern sie frei. Daran denkst du am besten nicht mal. Maxingham, was tust du denn da? Für die Gerechtigkeit und Kinder mit Hausschuhen kämpfen. Was? Es ist mutig von ihm, das Richtige zu tun. Bruder Billy, deine fettigen Salami-Hände sind aus den Handschellen herausgerutscht. Das war knapp. Ich möchte nicht noch mehr Ärger bekommen. Nein, nimm die Hände raus und befreie uns. Und hilf mir mal hier unten. Du wirst doch nicht weich werden, Maxingham. Wir sind im finsteren Mittelalter, nicht in die mit glitzerfähen Einhörnern und Nettigkeiten. Wirklich clever. Wachen! Ergreif sie! Maxingham, du bist ein guter Mensch und darfst nicht am Nordpol stranden. Wovon laberst du? Vergiss es, gib mir dein Schwert. Wirklich. Du bist ein wenig. Ha! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Wir sind frei! Und eure Truppe? Gib Fersengeld! Ich seh nicht, wohin ich gehe! Setz deine Brille auf! Na gut. Das tut gut! Und plötzlich seh ich alles ganz klar. Wahnsinn! Steht auf, ihr faules Pack! Moment, unser König ist ein sprechender Hase? Ist das allgemein bekannt? Ob ich leider hab ihm gefallen! Ja! Ja!